hey man die Leiter noch nicht voll da muss man hinten an die eine Leiter hatte von vorne ich weiß nicht, oder was? was sie mir erst auf Loa stellen, glaube ich aber wenn du sie jetzt angenommen von den Kanonen wegstellst, könnten die es jetzt voll rein reparieren also wenn die einfach nur rumstehen, reparieren die das Schiff, ja? nie rumstehen, gerade nicht tun, 3, 3, 4, also mit 4 Leuten hätten wir unten voll, das würde erst mal lang das Problem, die reparieren das schriftlich for free die stellen dir alle deine Moralien ja, Schatz, doch ja, ja, verständlich wenn du die bezahlen müsstest, noch extra ja dann jetzt wir müssen sie jetzt schon 1500 Holz brauchen ja, da musst du das Ding da oben immer vollfüllen ich weiß nicht, ob das da vielleicht weniger drin liegt, hast du mal geguckt? äh, warte, ich bin grad in der Kiste abschätzen, so grob ich nehme noch eins raus, ich nehme ein Holz raus 0,5 achso, das ist ja nichts drin ich bin genauso viel außer für 100 wegen 740 hm ziemlich miesisch das ist der Weg, wenn ich jetzt schon 2600 dann die Gewicht an, schnell wieder voll die Metallbereit vom Materialien meine Tante ist jetzt schon Naomi, 77 90 wie, ihr müsst denn über 90 sein, oder? 90 also ich bin genau 90 ich geh jetzt nochmal hin, oder? ach nee, wir müssen ja gucken, die müssen ja erst da aufleveln, aber das tun die wahrscheinlich nicht so einfach ja, die haben erst 3,7 von 10 hm, der hat 3 ja, wenn das Schiff voll besetzt ist, sind 20 die volle Besatzung für das Schiff, oder was? nein, 26 eigentlich, bei jetziger Zeit so, jetzigen Kanonenstand aber wir lachen erstmal die 20, also dass wir die untere Kanonendeck voll haben das hintere Kanonendeck ist eh wir darf ja auch nicht vergessen, dass wir dann ne viel breitere Streuung haben bei so nem langen Schiff, gell? da hat man wenigst ne engere Streuung, wenn wir nur die vorderen 7 haben mit gesamt 19, 15 hm toll, jetzt, wir könnten es doch gar nicht tragen zumindest, wir könnten es genauso viel tragen so ist es ausgelegt, dass es normalerweise, es hat am Anfang immer äh, einer weniger anscheinend also was ich meine, es hat ja 59 Plätze hat's ja ne, warte mal wie ist das, ich überfahre noch eh mal mindestens sterbe jela die hättest ich mal mehr kaufen können was? wenn du da eigentlich nur blöde Schiff besetzen wolltest da wirst du ja blöd, Paul immer noch vier Leute kann ich ja nur einkaufen ja 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 jähfe ja 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 Vielen Dank.